Jess, hey! Jessica, hier! Äh, äh, ihr habt euch einen wirklich wehrten Schmerz? Wir sind in dieser schlussenden Sache. Kannst du uns bitte rauslassen? Sehr bitte? Okay. Ja, genau. Hey, Chris! I'm just doing like Sam taught me. Other people's private thoughts are my own personal playground. Do not be a jerk. My goodness. Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. Chris. And what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? I wonder. Ach so, ähm, erklären, oder? Mhm. Mike and Em split. We're together. Woah. Drama. Not really. Pretty clear cut actually. Em's out. I'm in. Oh. Die ist echt schlank. Die ist echt schlank, okay? Ach so, die ist nicht echt. Okay. Alright, alright. Let's just get up to the lodge already. So, getting tired of all this nature and junk. Uh, you guys go ahead. I'm just gonna wait here for a bit. See who else is coming. You mean Mike? What? I mean, you know, whoever. Uh huh. Sam? Did you see this view? I mean, holy cow. Sometimes I forget it. To just stop and take it all in. Hm. Seriously, couldn't they have built the lodge like right where the cable car ends? Emily, Mike's Ex. Oh. Einfallsreich, intelligent, überzeugend. Find ich jetzt schon etwas sympathischer, weil sie intelligent ist. I don't think it would have been like a pretty... Emily's new friend. Emily's new friend. Wurde ich wie ein einzigartig. Ehrgeizig. Ich meine, ich... Sportlich. Oh, Markus. Okay. Und wo ist der Bellboy, wenn du einen brauchst? Okay. Okay. Also, wollen wir uns darauf einlegen, dass wir versuchen wollen, eine Figur ums Verrecken am Leben zu halten? Ja, sie. Okay. Versuch... Die unsokratische, die genannte Bellboy fragen. Gut. Alles klar. Da versuchen wir, ums Verrecken sie am Leben zu halten. Ich find die gut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich bin ein bisschen verrückt. Oh. Ja. Es wird weird sein, dass alle hier wieder sehen. Ich spiele ihn übrigens. Ja. Kann man mitbekommen. Vielleicht solltest du weitergehen für mich. Was hat er gesagt? Oh! Jesus! Voll nicht lustig. Mike. Emilys Ex? Engagiert, überzeugt. Gibt's auch jemanden, wo du schreiben, der ist dumm? Ich warte auf den, der dumm ist. Den soll in meinem Leben halten. Oh, die dummen sind immer die nettesten. Michael! Das ist das Kanalmotto, ne? Ja. Michael, du bist ein Kerl. Oh! Oh! This is trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. Um. Michael, I'm just gonna lay it out. Otherwise, this whole weekend's gonna suck ass for everyone. This is super awkward, and we all know it. Let's just acknowledge it now and move on, okay? Nah. I hate you, man. I get it. I don't want to make this weird. So we're good? All good? You guys gonna make out now? Oh my God, totally. We're so gonna make out. Uh. Okay. Seriously, I'm gonna go check on the cable car back on the trip. See ya. See ya. Oh my God, they're so hip. They're all so macho-bossy, right? Right? What? What? Hey, could you take these the rest of the way? The bags? Yeah. All the bags. Uh, why? I need to go find Sam. Okay. Sorry, I just, I really need to go find her. I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there. This really can't wait. We're almost there. It's important, Mac, please. Ich würde behaaren. Nein. Ach, aber sie will doch zu Mike, das ist doch klar. Okay. All right. Fine. Das ist wirklich der traditionelle Weg jetzt. Das ist wichtig, dass ich jetzt pack horse auf der Rest of the Way, but you owe me one. Excuse me? Well, then we're even at least. I'll think about it. Just be careful. See you up there, sweetie. Thank you. Das ist Hayden. Nee, Ashley Ist verknallt in Chris Neugierig, offen und fleißig Okay Sind zu viele Namen, ne? Also ich kann's mir Den Namen kann ich mir nicht mehr merken Um die Gesichter wenigstens Da sitzt jemand Nee Guck mal Ja, kannst du mal woanders hin? Wenn man sich das gefunden Schau mal, was wir sehen sollen Woah, hallo Somebody ist getting a little friendly And not in the friendzone kind of way They might need to check the expiration date on their big breakup Nee Nee Ich Ich weiß nicht, sie macht das kinder, weil sie ist ja neu Ah, ihr seid so schützend Woah, sorry there Sorry about that, Ash, I didn't mean to scare you Just Louise, what? Ich did mean to scare you, sort of scare you Oh my gosh, oh my gosh Hey, wow Man, I'm really sorry, Ash, damn Man, das ist voll sauer auf der Spiel gerade Das müsstet ihr sehen Ermutigen, komm, wir machen jetzt hier so ein bisschen Gossip Guck mal, wenn ich sage, du sollst das machen, dann kommt der Butterfly-Effekt und alles ändert sich Oh, sonne of a bitch Seriously, Emily? Die haben sich doch nur vertragen Das ist wahrscheinlich nichts Das ist nichts, was du denkst? Ist das immer nur nichts mit ihm? Ever? Ich weiß nicht Gott, verdammt Matt Ja, Markus, das war jetzt deine Entscheidung Ist geil, oder? Alle aufhätzen Das Problem ist, ich habe das Problem, die Namen mir zu merken, wer in wem verknallt es jetzt Jetzt kommt noch Klassiker, ach, die kennen wir schon Ja, die Hotte Die Hotte, Dünne Die jetzt mit Mike gar nicht zusammen Das Buch lesen, auf Handy schauen Ja, genau Die Entfernung, das ist hier Oh, ho, 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 you did not just do that Put your hands where I can see you We've got you surrounding But who am I to retaliate? What choice do I, a supple young rebel girl have But the surrender to the strapping military guard come to take me into custody Schneeball, komm Oder? Well, I don't know, when you put it like that Die Grenze, ich Du musst sie da fließen, Anna Jetzt Oh, das habe ich geschafft Voll romantisch Total Die Musik Jetzt sie da, Anna Ausweichen Ausweichen Oh, snap Oh, da war doch irgendwas, oder? Der Vogel Oh, come on Hey Mike Oh, shakalaka Oh, shakalaka Oh, you got me, girl Oh, okay Ah, ha, ha Jetzt, jetzt war das irgendwie Manchmal ist es am besten einfach nichts zu tun, das ist auch interessant Ich weiß, dass du alle deine Tricks hast Okay Einfach nichts machen, okay Okay Man trifft nicht auf den Vogel Okay 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 Auf die Idee mal nichts zu tun, darauf kommt man immer gar nicht, ne? Ja, aber es ist interessant, dass es auch geht, ne? Ja Das ist klar Oh, Alter, schwer. Jetzt geht es jetzt richtig los. Übrigens, Schnee ist kalt und nass. Nur mal so, ne? Quote und nass. Well, ich denke, wir könnten uns irgendwo zwischen diesen Quoten fließen. Ja. Hello again. Hello. And how are we feeling? Well, good, good. In our last session we establish that you have a fear of things that are dead or undead. This time, we're going to try to understand the root of your anxiety. Now pick up that book. Turn the pages. You will see a set of pictures and symbols. I want you to identify which image in each set makes you the most anxious. Okay. Okay. Das kriegst du hin, oder? Hm... Obwohl eigentlich machen mich Frauenmännerwiss. Jetzt musst du weiterblättern mit dem Pet. Ähm... Mit Getränken habe ich gar kein Problem. Okay. Haha, Markus. Das ist relativ klar, oder? Ja. Wenn man anerkennt, ist das relativ klar. Ja. Echt Ratten? Hm... Echt eklig. Schreibt er sich das auch? Ne, achso, er guckt gar nicht irgendwie. Scheiße. Okay. Ja. Oh, das ist... Ja, dann bin ich jetzt wirklich gespannt. Hm... Im echten Leben. Im echten Leben. Puh... Ich wüsste, was ich machen würde. Hätte ich auch gemacht. Das. Ich finde Ungeziefer auch schlimmer dann als Ratten. Ja. Haha, ich weiß, was Markus sagen würde. Und... Ja. Also ich würde Clowns sagen. Ich weiß. Und ich sag das auch. Also ich habe keine richtige Clown-Angst, aber ich finde sie auch wirklich überhaupt nicht lustig, ne? Deswegen finde ich das so merkwürdig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der Clowns nicht gruselig unbedingt, aber einfach komisch findet? Einfach nicht gruselig? Also merkwürdig. Nicht komisch, merkwürdig. Also so, warum? Blut oder Krähen? Blut, oder? Ja, also Krähen finde ich jetzt eigentlich überhaupt nicht gruselig, aber auch mit Blut habe ich kein Problem. Oha, jetzt hast du Zeitdruck. Ich habe die aber... Hab' wirklich schon mal Angst vor Wölfen, als vor Nadeln? Ja. Ich auch. Oh. Wölfe, oder? Ich habe Angst, dass du das Spiel daraus machst.